Gehört irgendwo? Also die Kinder kennen das nicht, ne? Schon merkwürdig mit den Geräuschen, nicht? Schon so ein bisschen merkwürdig schon, aber auf jeden Fall finanziell ging's da... Sag mal, schon wieder du? Okay, gut. Du hast natürlich nicht verstanden, aber du musst ins Bett. Ey, du musst ins Bett, du musst ins Bett. Oder? Die Mutti sagt, nee, okay, dann kannst du... Wir können ja noch einen Whisky zusammen trinken, Kind. Ja, komm. Also, ich wollte sagen, vielen Dank. Das ist zum ersten Mal die richtige Susi, also in dem richtigen Alter, weil ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Man kann auch Skifliegen, nicht? Wie alt bist du? 16. Naja, also... Naja, also... Naja, also, was soll ich jetzt sagen? Okay, nee, also wunderbar. Hat's dir gefallen? Okay. Musst du zum Psychiater? Ne? Man weiß ja nie, weiß ja... Ne? Okay, sie muss zum Psychiater, gut. Aber ich hab mir Gedanken gemacht, schenkst du ihr eine Nacht mit dem Künstler oder ne CD? Du wolltest lieber ne CD, ne? Also, kriegst du ne CD? Ja, genau. Ja, ja. Und ich... Ich unterschreib mal, komm mal her, meine Tochter. Ach, das ist so süß. Ich wusste, so ne kleinen Hexen hier, ne? Das hab ich schon gemerkt. Also, ich gebe nachher noch Autogramm, ne? Und bin für euch noch da. Und wenn du mir nachher noch ein Bier besorgst, bist du auch meine... Achso, hast du dabei. In der Tasche, gut. So, jetzt geht's los, Leute. Was haben wir jetzt? Steh auf. So, danke dir. Danke. So, vielen Dank. So, jetzt, meine Kleinen, geht mal schön runter. Jetzt kommt etwas. Das wurde vorhin schon erwähnt. Warte mal. Ich hab immer Ärger mit dem Scheiß-Ständer hier. So. Wir haben Kokolores jetzt genug, wie man... Ihr wisst, und das ist wirklich ernst, wir laden jedes Jahr fast 3000 arme Menschen ein. Jetzt bitte ich mal einen Riesenapplaus für die, die uns helfen. Also, das ist kein Witz. Das ist wichtig. Mir geht es gut. Denkt daran, man muss einfach abgeben. Es gibt so viele Arschlöcher, die nur an sich denken. Also, gebt was ab, wenn es sein muss und wenn es sein kann. So, und dieser Song ist für diese armen Menschen die Schattenwesen. Wir stehen auf. Bitte schön, Herr Kapellmeister.